Yo, willkommen zurück zu Inside My Radio, hier mit dem Rasterman. Mit Root, so hieß der. Och. Ey, ha. Geht schon wieder gut los hier. Wow. Was wende B auf dem Element an, um den Hintergrund im Level zu wechseln und seine Spielmechanik zu ändern? Och, cool. Okay. Ja, lässig. Erstmal checken hier, was hier Phase ist. Ey, haut doch nicht ab. Hä? Okay. Oh. Ah, alles klar. Ja, das sieht aber auch... Ja. Okay, jetzt muss man viel mit dem Hintergrund arbeiten, also mit dem Umschalten hier. Boah, ich wusste es irgendwie. Render trotzdem rein. Und zack. Bam. Och, das mit dem Takt, ey. Das ist immer noch so eine Sache. Ah, okay. Gibt es zwei mögliche Wege? Okay, nee, da oben geht es nicht weiter. Ja, fall mal da rein, ey. Hä? Dann muss ich das wieder umändern? Bleibt das nicht so? Ja, wie es aussieht nicht, ne? Ach so. Boah, wie ich hier feile, ehrlich, ne? Ups. Hä? Ach so. Boah, ehrlich? Da muss ich erst einmal dagegen, und dann kann ich das wieder auswählen. Jo. Ah, jetzt hat der Laser das zerstört, was mir im Weg war. Wind surfen! Jawohl! Haha. Und nach vorne. Nein! Boah, doch nicht jetzt. Hoch. Ja, genau. Boah. Ha! Aber das ist falsch. Na? Kann ich den gar nicht mehr ändern. Boah, aber noch geschafft. Ja, sauber. Ja, was nehme ich denn? Rot. Ich nehme jetzt grün. und da ist es klar. Boah, aber noch mal. Halt! Ja, genau. Kannst du mal eher losgehen? So, warte mal. Verrückt. Achso, alles klar. Nee, ist nicht klar. Ähm. Ach, ich sehe es. Da hinten. Jawohl, genau. Wollte gerade sagen, ein bisschen ist das so wie Rätsel, aber stimmt ja eigentlich gar nicht. Oh. Wäre ich fast schon losgelaufen. Ach, scheiße. Nein. Ups. Soll ich denn an dem vorbeikommen? Ah. Ne. Och. Tschüss. Bam. War zufällig das Richtige sogar. Ups. Hoch. Ja, geil. Und, jo. Da muss ich voll gucken immer, ey. Rosterman. Los, Rosterman. Los, Rosterman. Was soll ich hier machen? Kann ich nochmal zurück? Aber da bringt ja nichts. Aber da bringt ja nichts. Was? Ach so, das geht auch nicht. Oder ich sehe es bloß nicht. Ja, komm. Wie soll ich denn da jetzt weiterkommen? Ah. Ja. Ich glaube, das ist auch wieder nicht richtig. Nee. Man muss ja was damit zu tun haben. Warte mal, ich muss gleich nochmal. Ursp. Gut. Da werde ich unten respawnen. Ach, da kann ich durch? Das wusste ich ja nicht. Da hätte ich mich fast eingesperrt. Tape. Boah. Jawohl. Boah. Geil. Looping. So. Nee, er hat mich da reingerannt. Mah. Konfus. Aber das ist ja normal, ne? Das ist ja auch bekifft, der Junge. Und du? Wieder runter, oder was? Anscheinend, ja. Geschafft. Boah, da kommt der angeflitzt, hier der... Ha, eliminiert. Boah, gerade so. Nee, du. Nee, du. Boah. Äh, wenn man das nicht mit dem Takt hinkriegt. Ja, und jetzt? Aha. Boah, der war knapp. Äh, da kommt der andere da durch. Aber ich hab's verstanden, zum Glück. Los. Boah. Einfach nur gespammt. Lenke die... Klangsphären zum Tank. Die hier. Los. Die Klangsphären. Wie viel braucht der denn noch? Ist bald voll. Jawoll. Bäm. Kaputt. Das ist doch bestimmt seine Riesenpfeife hier von dem Rasterman. Oh, ne Ruh- oh. Root Scratch. Ich hab Rhythmus im Blut. Eigentlich ja, aber man sieht ja, dass es nicht so der Fall war, ne. Bisher. Oh. Lauf, da. Stein. Boah. Ah. Ja. Weißt du was? Ich hol da so'n Vorsprung raus und dann springt er nicht. Boah. 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 Boah, der war knapp. Nein. 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 Verrückt. Das ich das noch gekriegt hab, ey. Die Ecke. Boah, jetzt wird's aber ganz dick. Hau doch ab. Ja, ich häng hier fest. Cool Runnings. Aha. Jamaika hat ne Bob-Mannschaft und so. Root, seitdem stecke ich hier fest, das Monster hat alles zerstört, was ihm im Weg war und alles und jeden gefressen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Haha. Hey Mann, wir müssen etwas unternehmen. Barry wartet draußen auf mich, aber sein Plan ist grad total in die Hose gegangen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Energie brauche, um dich da rauszuholen. Geh hin und triff dich mit ihm. Er wartet sicher schon auf mich, aber ich muss mich erholen. Gut, aber sei vorsichtig, die Zone ist stark beschädigt. Okay. Inside my Radio. Dann würde ich mal sagen, wir sehen dann weiter beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen, bitte bewertet und kommentiert fleißig. Und dann sage ich mal, haut da hin bis dahin, wenn es wieder heißt, Inside my fucking Radio.